Wenn ich ehrlich bin, da ist noch eine Hütte da unten. Hier darf ich nicht rein. Mumus, Mugus, hallo! Kennt ihr die goldene Regel? Die Schwarzen geben Kakao, die Braunen geben Kakao, die Schwarzen geben Kaffee und es gibt keine Weiße für Milch hier. Hallo! Kann man mit dir reden? Nö, man kann mit denen nicht reden. Ich habe schöne Mugus gesehen. Die haben keine Milchkühe hier, muss man so sagen.